Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play zu Mad Games Tycoon Freunde. Und ja, wir sind schon wieder sehr, sehr weit, wir sind schon umgezogen, das ist in der dritten Folge. Tja, das geht. Auch wenn manche behaupten, es geht nicht, es geht auf jeden Fall. Und ja, ich verstehe manche Leute nicht, wo das Spiel flamen, einfach weil es nicht richtig machen oder sonst was. Aber gut, das ist ein anderes Thema, was mich noch sehr geärgert hat in den letzten Tagen. So, wir machen hier erstmal das hier. Wir haben hier... Haben wir da noch was auf Lager? Warte mal, müssen wir auf Play drücken. Ah ne, das wird von Publisher gemacht. Diese zwei nicht. Deswegen werden wir da gleich... Ja, da müssen wir nochmal nachproduzieren. von dem hier... Keine Ahnung, nochmal 100.000, wenn das 26.000 pro Woche verkauft werden. Und was machen wir jetzt? Hatte ich irgendwas versprochen in der letzten Folge? Ich glaube es nicht. Wir könnten hier ein Arcade-Spiel machen. Oh, 57%. Wir probieren es. Wir probieren es einfach mit Zombies für Teenager. Mit unserer Geschick-Engine. Wir haben ja noch keine anderen. Deswegen... Das geht ja nur für PC. Wir nehmen unser Konzept. Ist ja egal welches, wir haben ja immer dasselbe. Weil wir halt nur... ...Geschick-Spiele machen. Eigentlich. Für uns selbst. So. Das kostet uns 315.600. Irgendwas würden wir verdienen. Das ist okay. Deswegen machen wir das. Naja. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Das ist auch immer... Ja gut. Okay. Das hat uns auf jeden Fall dazu gebracht, dass wir jetzt die Qualitätssicherung freigeschaltet haben. Was ja nicht so schlecht ist. Ja. Raus damit. Und... Und... Ja. Haben wir geschafft. 60er Titel. Ja gut. 692.000. Alles klar. Dann bauen wir uns jetzt natürlich die Qualitätssicherung hier hin. Wunderschöne Sache. Was haben wir hier für Schreibtisch? Okay. Dann kommen hier die... Wir müssen ja ein bisschen mit den Farben spielen. Dann kommen hier die Grauen hin. Mit den Farben spielen vor allem. Weiß, Braun und Grau. Mit den Farben spielen. Ich hätte Innenarchitekt werden sollen. So. Okay. Zack, zack, zack. Das geht leider nicht. Naja okay gut. Können wir auf diese Seite nur so viel rein machen. Aber das passt schon soweit. Alles klar. Das heißt natürlich, dass wir neues Personal brauchen. Und zwar... Beides. In beide müssen sie gut sein. Okay gut. Personal. Oh. 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 Ja gut. So gutes Personal kommt natürlich hier in die beste Abteilung. Da müssen wir natürlich ein paar Regeln machen. So. Ich mache mal kurz auf langsam. Und tun die schlechten jetzt mal aussortieren. Was ist schlecht? Die sind ja nicht schlecht. Die sind nur nicht so gut wie die anderen. Wo wir jetzt gerade reingeholt haben. Deswegen. Wir müssen hier ein paar raus. Kommt einer geht noch. Wir haben 16 hier drin. Aber nicht die guten. Nein. Nicht die guten. Neuer Kopierschutz. Das ist schön. Du jedoch. Doch. Ganz durcheinander. Ganz durcheinander. Ähm. Das wird heißen. Der Lazy Dad hört sich doch gut an. Oder? Ne. Das wird noch ein B-Plus Titel. Oder? Ich glaube schon. Das wird Zombies sein. Ja. Komm. Wir machen Zombies für Teenager. Geschick. Mitdenken kann man immer. Obwohl. Da passt Zombies gar nicht. Komm. Wir machen für Kinder. Und wir machen. Wir machen Alltagsleben für Kinder. So. Dann werden sie auf das harte Leben danach vorbereitet. Eventuell ein bisschen durch unsere Spiele. Wer weiß das schon. So. Das passt hier. Aber wir haben einen neuen Kopierschutz. Den wir natürlich nehmen werden. 15.000. Dafür könnte man mehr verkaufen. Das ist ganz gut. Glaube ich. Der Deal. So. Das wird wieder für alle gemacht. Ihr habt vorhin vergessen. Die eigene Sprache wegzumachen. Das war wieder nicht so gut. Aber ist okay. So. So. Zack. Wir machen das. Wir werden hier schon mal das Gameplay verbessern. Nebenbei erforschen wir hier das. Und was wollten wir noch machen? Wir müssen nochmal nachproduzieren. Nochmal 100.000. Ja. Warum nicht? Und hier oben müssen wir auch aufpassen. Komm. Da produzieren wir auch nochmal nach. Aber nicht mehr so viel. Weil das sind die Käufe im Rückgang. Muss man ja auch mal ehrlich sagen, dass es so ist. So. Wollen wir das Spiel veröffentlichen? Nein, noch nicht. Wir wollen das zumindest noch durchprügeln. Wir brauchen mehr Leute da drin. Weil die müssen ja sehr viele Dinge bald machen. Wir können ja schon mal weiter forschen in der Zeit. Dass wir im nächsten Spiel alles reinhauen können. Aber das wird jetzt abgeschlossen und auf den Markt geworfen. Und das lassen wir mal wieder über den Publisher laufen. Und zwar über unseren Blue Ocean Publisher. So. Mal sehen. Ja, das Spiel kann sich wieder sehen lassen. 85% ist glaube ich okay. Kann nicht mit leben. Natürlich keinen 99% Titel wie letztes Mal. Aber das kann es ja nicht immer geben. Da muss man ja mal ehrlich sein. Deswegen, ja, deswegen, wir sind wieder Studio des Jahres übrigens. Deswegen werden wir jetzt erst einmal nicht die Tische verrücken. Sondern ein paar Updates raushauen, Freunde. Für unsere Spiele. Ich denke, unsere Fans haben das verdient. Wir müssen nämlich schon wieder nachproduzieren. Von diesem Teil hier. Da mache ich nochmal 100.000. Und ja, gut. Dafür gibt es auch noch ein Update. Weil der so gut verkauft wird. Dann kriegen die Leute auch nochmal was von uns. Das sind wir ja nicht so. Für das wird es sich nicht mehr lohnen. Das ist so gut wie tot. Aber für die anderen werde ich das jetzt mal auf 5 Stück ausbauen. Während wir nebenbei die Sachen hier erforschen. Für hier. Das ist immer so. Das ist jetzt ein bisschen schwierig jetzt. Die Balance zu finden. Was tun wir? Was nicht? Spiel wurde gespeichert. Und der Teil wurde auch vom Markt genommen. Ja, das ist jetzt. Und schon wieder kein Plus gemacht. Die mit ihrem Spiel. Was soll denn das? Oh, neues Feature. Das bauen wir dann natürlich auch noch ein. Ganz klare Sache, Freunde. Ganz, ganz klare Sache. Und ja gut. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen mit dem Forschen. Das ist alles. Drittes Jahr sind wir jetzt. Haben 26 Millionen auf dem Markt. Das ist ja okay. Jetzt können wir Marketing auch bauen. Das heißt, wir können gleich Support und Marketing bauen. Werden wir dann auch tun. Aber jetzt will ich erst da hier erforschen. Und so, Freunde. Forschen ist wichtig. Wir wollen ja weiterkommen mit allem. Das ist uns egal. Hier haben wir schon wieder nichts mehr. Alles klar. Komm. Ne, ich mache lieber 100.000. Ich will nicht zu viel auf dem Lager dann noch liegen haben. Das ist immer ein bisschen blöd sonst. So, wir werden die Engine jetzt direkt updaten. So. Und zack. Und hier werden wir weiter Spielmechanik noch erforschen. Und dann war es das, glaube ich. Mit dem Erforschen. Dann können wir das nächste Spiel machen. Oder zumindest wieder ein Nachfolger. Das heißt, solange können wir die zwei Updates hier noch rausdrücken. Gut ist. Wobei wir hier schon wieder... Ey, jetzt reicht es mir. Jetzt reicht es mir, Freunde. 250k. So. Okay. Dann kommt nämlich noch ein Update für das letzte. Nun dürfen wir eh keine mehr machen. Erstmal. Und gut. Naja. Müssen wir durch, Freunde. Da müssen wir durch. Wir können aber so nebenbei so ein Spiel hier machen. Ein Denkspiel. 60%. Oh, nee. Ja gut, aber hier kriegen wir Finger. Nee, dann machen wir das ja von Nintendo. Probieren wir uns da mal aus, Freund. Thema. Ein Denkspiel. Thema. Krankenhaus. Für Kinder. So. Zack, zack. Ja, das lassen wir jetzt einfach so. Da wird auch nur das gemacht. Ich hoffe, es passt halt, ne? Weil die haben jetzt nichts zu tun. So können die noch ein bisschen üben und so. Wir könnten das natürlich auch verbessern, aber es kostet Geld. Und deswegen mache ich das nicht. Das sehe ich gar nicht ein, das zu tun dann. Wir brauchen mehr Personal. Hier brauchen wir auf jeden Fall mehr Personal drin. Und hier brauchen wir halt auch noch mehr Personal drin. Wir brauchen überall mehr Personal. Überall brauchen wir Personal. Und deswegen machen wir das so. Okay, die sind jetzt hier soweit. Das dürfen wir noch nicht. Doppel A braucht man auch noch nicht. Aber Sound dürfen wir schon erforschen. Dann können wir das doch nebenbei machen. Dann leveln die auch noch ein bisschen. Ist ja alles wunderschön. So. Ja, das wird 60% was, ne? Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wunderbar. Wieder ein bisschen Geld verdient. Alles klar. Das heißt aber für uns, wir machen einen Nachfolger von Lazy Dad. Genau, Lazy Dad. Nachfolger bitte mit unserer Engine. Den zweiten Teil davon bitte. Und nein, hehehehe. So. So. Und mit 41%. 7,6 und 6,4. Okay. Der kommt erst anscheinend noch. Das machen wir noch für unsere. Müssen wir mal abwarten, wie lange noch. So. Wunderschön, wunderschön. Das passt auch alles. Das auch. Das heißt hier jetzt Gameplay verbessern. Und raus. Und los geht's. Ähm. Wir können ja nebenbei, Freunde. Können wir doch mal hier Support bauen. Wo bauen wir denn den Support hin? Komm, den bauen wir hier oben mit hin. Da wird es nicht so groß. Momentan haben wir nicht so viel Fans. Und deswegen ist es okay. Marketing baue ich jetzt auch mal. Aber ich glaube, hier brauchen wir sie noch nicht. Ist, glaube ich, noch nicht von Nöten. Aber ich baue sie mal. Und die kriegen Schreibtische die braunen rein. Kommt, drei Plätze reichen hier. Und hier können wir ja wieder unsere Technik anwenden. Dann kriegen wir hier eventuell sogar acht hin. Ja, kriegen wir tatsächlich. So. Dann bräuchten wir jetzt natürlich noch mehr Personal, Freunde. Man sollte es nicht glauben. Zumindest mal einen hier rein. Und kommt noch eins. Alles klar. Dann macht ihr jetzt mal bitte eine Fan-Kampagne. Und wir entwickeln hier unten ein wunderschönes Spiel, wie ich hoffe. Was noch nicht rauskommt. Das ist jetzt natürlich. Das dauert jetzt alles länger. Aber die Spiele werden natürlich auch besser. Kriegen ja mehr Punkte und so. Und deswegen machen wir das jetzt trotzdem. Ob das jetzt richtig ist oder der perfekte Weg. Oh, Katari wurde. Ne, neues Katari. Das ist okay. Neue Katari ist okay für uns. So. Wir erforschen weiter nebenher. Wir machen trotzdem Plus. Also kann das alles nicht so falsch sein, was wir tun. Ich würde sagen, die Bugs machen wir jetzt auch raus mittlerweile. Ach Gott, ach Gott. Ich sehe gerade, wie viele Käufe da sind. Ja, ja, ja. 500.000 nochmal nachproduzieren. Und wir machen hier jetzt auch die Bugs raus, Freunde. Es ist besser, wenn keine Bugs rauskommt. Und wir machen ja schön Kohle. 10 Millionen hiermit schon 11 und das ist alles okay. Deswegen so, zack. Und jetzt selber produzieren. Dann werde ich wieder überfordert sein. Ich mache mal in 6 Wochen. Anleitung, Anleitung und Aufkleber sollte reichen und 20 Dollar soll das Spaß kosten. Das heißt, 15 machen wir. Na? Ja, ein bisschen was hat es gebracht. Zumindest 90% Titel. Das ist jetzt nicht das Schlechteste, ne? So, ähm, dann werden wir natürlich jetzt gleich eine Million davon produzieren. Ich bin da jetzt sehr guter Dinge, dass das sich sehr, sehr gut verkaufen wird. Wir können ja, wir können ja tatsächlich mal eine Werbung, ne komm, ich schalte keine Werbung. Schalte ich eine Werbung schalten? Komm mal mit. Und wir schalten jetzt tatsächlich eine Werbung dafür. Eine einzige Werbung möchte ich dafür schalten. Eine TV-Werbung. So. Okidoki. Ähm, ansonsten können wir den Auftrag nebenher natürlich machen. Das können wir nicht, weil das gerade läuft. Wir könnten aber forschen noch nebenbei. Ja, das läuft alles nebenbei. Das ist eigentlich schon der Wahnsinn. Wir machen direkt wieder Nachfolger. Direkt den nächsten Teil raushauen, Freunde. Was sein muss, muss sein. Zack. Und. Zack. Und. Zack. Und Moment. Ne, noch lohnt es sich nicht. Der Katari wird wahrscheinlich wieder später reinkommen, aber erstmal noch nicht so. Wunderschön und ab geht die wilde Fahrt. Und wir müssen natürlich hier wieder Gable. Ganz klar, das darf man nicht vergessen. Und ja, gut. Gut. Verkauft sich nicht so gut. Achso, ich habe jetzt gar keine Updates gemacht. Hahaha. Elf Millionen. Äh. Nein, möchte ich noch nicht veröffentlichen. Jetzt müssen wir natürlich warten für Updates hier. Das ist ein bisschen, bisschen Banane. Dann müssen wir das mit dem Hype jetzt hochregen erstmal, die Verkäufe. Ein bisschen Banane ist das jetzt, ja. Und hier haben wir jetzt natürlich auch viel zu viel auf Lager. Ich weiß, Zweitvermarktung und so, aber ihr wisst es, dann bin ich überfordert nachher. Also, dieses Spiel überfordert mich sowieso, das heißt ja oft schon, deswegen. Ne? So, ähm. Die Bugs sind dann ja auch gleich raus. Oh, oh, boom, boom, boom. Boom, boom ist gut, Freunde. Boom ist das ja gut. Wir machen jetzt mal Konsolenforschung nebenbei noch. Oh, das kostet natürlich jetzt richtig Asche. Wir müssen jetzt erstmal wieder gucken, dass wir wieder Geld verdienen, Freunde. Ich will jetzt zumindest 40 Millionen erreichen. Dann wäre ich wieder zufrieden. Aber wir haben jetzt einen Boom. Das heißt für mich, schnell dieses Spiel rausbringen und... Ja, komm, selbst produzieren. Was soll der Geiz? In vier Wochen. Ähm, ja, ja, das passt und so und so und... Ja, es wird kein 90er Titel. Ja, das ist halt, so wie bei den richtigen Publishern, wenn sie mit aller Macht versuchen wollen... Ähm. Spiele in eins nach dem anderen rauszubringen, ne? Und jedes Jahr mindestens eins und überhaupt. Die Spiele werden nie so gut werden. Das ist einfach so. Da kann man nichts dran ändern. Weil die Zeit fehlt. Warum sind so Spiele, wo die Entwicklung lange dauert, in der Regel immer gut und besser? Es hat ja auch... Sein... Sein Grund, Freunde. Es ist ja nicht einfach nur so. Aber das werden die wohl nie lernen, schätze ich jetzt einfach mal. So traurig wie es ist, das werden die leider nie lernen. Weil die Spiele werden ja trotzdem gekauft. Obwohl die Story vielleicht nicht geil ist oder sonst irgendwas. Es wird trotzdem gekauft. Leider, leider ist das heutzutage so. So, wir haben jetzt natürlich den Boom plus hier unsere Updates, wo wir jetzt reinhauen. Deswegen ist jetzt hier der Verkauf auch so hochgeschnellt. Das ist ja schon eine gute Sache. Und... Wir können ja auch noch nebenbei noch ein bisschen Werbung laufen lassen. Ich weiß, ich kann das immer automatisch machen, aber... Ich mache hier für den zweiten Teil noch mal Werbung. Und dann für den dritten noch mal. Und dann passt das hoffentlich so. Alle Updates raus. Und... Ja, gut. Und wir sind jetzt schon sehr, sehr weit. Und... Kohle haben wir jetzt gerade nicht so viel gemacht, ne? In dieser Folge. Aber Lazyder2 macht... Fängt jetzt an, Gewinn zu generieren. Und das wird hier auch bald der Fall sein. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, Freunde. Lazyder2 ist sogar Spiel des Jahres geworden. Nehmen wir wieder mal... Studio des Jahres. So, Büro. Hier, komm. Ihr geht hier rein und macht hier mal weiter, Freunde. So. Okay. Ja, eine Million ist vielleicht echt ein bisschen übertrieben, was ich da produziert habe. Aber... Gut. Dann ist es halt so, ne? Dann habe ich vielleicht mal was verkackt. Das kann ja sehr, sehr gut mal bei mir passieren. Das wisst ihr. Das gehört einfach zu mir und zu meinem Kanal. Und deswegen wird sich das wahrscheinlich auch nie ändern. Wir machen die Aufträge jetzt noch kurz durch hier, dass wir die weg haben. Obwohl, das dauert alles ja so lange, ne? Weil wir nur zwei Maschinen haben. Alles ein wenig suboptimal. Momentan. Und eigentlich müssten wir echt noch ein Spiel machen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Habt noch einen wunderschönen Tag, Freunde. Bis dann. Haut rein. Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018